Hallo und herzlich willkommen zur geflickten Lego-Unterhaltung mit meinem tollen Thorsten hier. Wir bauen das nächste Level weg. Juhu! Adventure Time. Adventure Time. Ja, erzähl mal Adventure Time. Du hast ja was da noch angeguckt. Ich habe zwei Folgen mal angeguckt, um zu wissen, um was es überhaupt geht. Es geht doch nicht, es geht um Adventure. Ja. Also, es geht um diesen Finn, der in so einer Welt O lebt, so heißt die. Und da zum Beispiel geht es da um, wenn er ein Verbrechen gekriegt hat, und das sollen wir ja nicht brechen, sonst passiert was Schlimmes. So, und in dieser Folge ist dann was Schlimmes passiert, weil er das Recycling, das Versprechen dann verraten hat, also dieses Geheimnis. So, und es geht dann eben um Sachen, die man nicht machen sollte, zum Beispiel Clown oder so, das ist so eine Lehr-Serie sozusagen. Ah, für Kids oder so? Ja, für Kids. Also, ich fand es jetzt nicht so toll, aber naja. Ancient War Elephant. Also, es ist in deinem Fall, nur um zu sagen, hast du alles? Ja, ich habe alles, selbst Adventure Time habe ich. Ja, und vor allen Dingen die Welt ist knopfig, also die habe ich mir ja schon angeguckt. Also, ist das so? So ein bisschen so, die wir haben? Viel mehr Comic. Noch mehr Comic? Noch mehr Comic. Okay, dann tue ich das mal beiseite. Sehen unsere Leute was? Die sehen alles. Super. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Würdest du sehen, es ist zu spät. Das macht ja nichts. Bitte, ein Schwert. Scheiß Kameraführung, ich sehe ja nichts. Natürlich haben wir wieder unser Pad dabei, damit wir die Wagen bauen können. Und nicht während des Spiels. Es ist ja auch so, dass man bei diesen Levelpacks das Level erst betreten darf. Und während dieses Levels baut man eben diese Fahrzeuge auf. Die kann man nicht einfach so aufbauen, sondern man muss das Level spielen, um die aufbauen zu dürfen. Also man kann nicht, so wie bei den Themepacks, das ist der Unterschied, bei den Themepacks kannst du sofort die Fahrzeuge bauen. Bei den Levelpacks musst du aber das Level durchspielen, damit du die überhaupt hast. Durchspielen sogar? Ja. Bei Sonic war das sehr schwer, das Level. Da habe ich kein einziges Minigate gefunden. Nicht gefunden? Nicht gefunden. Oder nicht vernünftig gesucht. Ich habe gesucht wie die Welt, aber nichts gefunden. Das glaube ich sogar. Wenn du sagst, du spielst 100%, dann meinst du es auch so. Aber ich spiele das nochmal. Also so ist es nicht. Ich habe ja da Ehrgeiz. Musst du gegen Dr. Eggman? Ja, genau. Also die Levels sind echt toll. Man spielt da eben mehrere Parts durch sozusagen. Das ist fast wie ein Storypack. Wirklich fast. Was mussten sie machen bei Sonic? Ist das dann teils eigentlich ein Sonic-Spiel gewesen? Ja, du hast dann statt den Satz, hast du wirklich diese Ringe gehabt zum Einsommern. Das fand ich auch schon mal cool. Und es ist klar. Man war wirklich auch schon bei One. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Erste war dann Green Hills Zone, ja? Ja, ja. Es kam auch die Sonne Wasserwelt vor. Und das Labyrinth. Die sind scheiße. Die erste Mal bei Sonic Wasserwelten gezockt. Wenn immer so die... Sonic ist ja... Klar, es soll ein Igel sein. Logisch. Und... Da ist ja diese Luftblasen. Diese Luftblasen. Und wenn du keine Luftblase findest und dem geht die Puste aus. Die Musik ist so fies, ne? Richtig. Boah, da geht mir jedes Mal die Anna, ey. Ich finde das so fies jedes Mal. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mal jetzt auf dieses Level da angespannt von Adventure Time lang. Musst du mir irgendwann mal zeigen. Wenn ich mal wieder bei dir bin. Auf jeden Fall. Also mir macht es mega Spaß. Ich habe ja schon bei den Zinsen das Level durchgespielt. Gibt es ja auch... Ja, das haben wir ja angespielt. Nee, es gibt ja wirklich ein Level. Ja, wollte ich sagen. Wo du da durchspielst. Ja, fängt es auch bei denen im Haus an? Ja, es fängt auch im Haus an. Aber du gehst dann weiter, ne? So Springfield da durch auch. Also echt gut gemacht. Wobei ich mag die Videospiele von den Zinsen ganz gerne. Auch wenn viele unter Zeitdruck sind. Die einzelnen Levels und so. Und was mich halt immer wieder begeistert ist, wie treu es nachempfunden ist. Ganz Springfield nachgebastelt und so. Ja, ja. Wir sehen was, was die nicht sehen. Habe ich hier drunter den falschen? Nee, kann eigentlich nicht sein, oder? Ja, den hatte ich gerade auch im Kopf. Ja, das ist der. Das ist der? Den habe ich richtig. Da ist auch noch einer drin. Hier, das ist der, wo die roten dran sind. Woran soll man das denn erkennen? Das sehe ich hier aber auch. Ja, gut. So, dann nehme ich es halt ab. Oh, Gott. Okay. So, die müssen jetzt da drin. Ja, alles gut. Hätte ich jetzt nicht gesehen, aber das war auch eine Vermutung von mir, dass wenn ich einen falsch habe, dass das dann der ist. Aber das sieht man schon, dass die hier gut lacht ist. Ich habe es nicht gesehen. Ich aber. Dann machst du weg. Ja, die beiden müssen jetzt noch da drin. Oh, mein Gott. Die kamen von oben dran. Ja. So, dann machen wir das. Kann passieren. Ach, mit doch nicht. Und dieser Jake, den wir jetzt gerade aufbauen, der kann sich ja in viele Gestalten umwandeln. Also, der kann so ein Monster sein, ein Trampolin oder alles Mögliche. Der kann sich wirklich so ein Gestaltwanderer ist das. Das kann aber wirken, also jetzt nicht nur für Lego Dimensions, sondern auch in der Serie. Auch in der Serie, ja. Das ist eben so ein Haustier, ne, von Finn. Wie der Blob. A guy in his blob. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Machen wir keinen Stress jetzt. Mal gucken, was hier passiert ist. Die sollen da drauf. Die sollen da drauf. Und das passt. Ja, alles richtig machen, damit der Chef nachher zufrieden ist. Ja. Große Abnahme. Nicht, dass du was aufs Portal stellst und sagst, das sieht so ja gar nicht aus. Große Abnahme, genau. Und dann bastelst du jetzt weiter. Warum? Warum nicht? Arbeitsstyle. Nein. Du hast ja angefangen, also musst du ja noch zu Ende. Das ist so klar, wir müssen alles aneinander machen. Ich helfe dir ja. Das ist richtig. Nö, wenn du sagst, das ist aber falsch. Du, da habe ich schon, da habe ich schon, habe ich schon. Beide? Ja, ja. Ich brauche nur das Abgeschränkte. Profi-Werkzeug. Ja, ist nicht dabei. Wieder nicht da. Das gab es nur beim Hauptpäckchen. Nur beim Hauptpäckchen, ja. Das soll es ja eben haben, da haben. Da sollen wir mal die Ruhe behaben. Ist ja auch logisch, dass man es dann hat, ne? Weil man bekommt ja die Zusatzpäckchen dann nur. Wenn das Hauptpäckchen brauchen, muss man ja haben. Jetzt mal für deine Augen. Ist das so richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Ja, aber das geht es nicht. Ach, hier, die sind das. Sind das Höhe oder was? Das sind die, ist jetzt so. Die sind Flacher. Ach so. Ach so. Ach so, ach so. Ja. Die habe ich gerade nicht gesehen. Und dann sagst du, das Ding geht ja schnell. Das geht schnell. Das geht schnell. Wenn euch sowas auf einmal ankommt. Oh Mann. Mhm. Nein. Er hat ja nicht damit gerechelt. Jetzt kommen die Dicken. Danke. Jetzt geht es flott. Jetzt kommen wir schon auf das Ende zu. Ja. Das ist aber sehr kompakt, das Fahrzeug. Ja. Die sind ja alle da, sehr kompakt. Reifen. Reifen. Also einen, das habe ich. Zwei Reifen brauchen wir. Da ist er. Ach Gottchen. Okay. Irgendwie habe ich formtechnisch nachher dann auch gesucht. Und dann kommst du schon auf den Socker. Kannst du ja schon fertig machen. Ist ja egal welcher Socker, der wird eh beschrieben. Nein, das ist nicht egal. Doch, der wird eh beschrieben. Das ist ganz wichtig, dass das der richtige ist. Yeah. Was auch immer das ist. Ja, jetzt noch den Elefanten. Eins hier, Twar Elefant. Den haben wir auch noch. Also los. Der kommt. Jetzt. Im nächsten Teil. Nein, aber der wird nicht gemacht. Haben wir es hier, haben wir das gemacht. Haben wir nicht. Haben wir eins durchgezogen. Ich glaube nicht. Doch, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich während die Kamera lief in meinem iPad gucken musste, welche Anleitung ich brauche. Doch, hast du gemacht. Nein, nein, habe ich nicht gemacht. Bin ich rechter, like. Daumen hoch. Wenn nicht auch. Das ist der hier, ne? Ja, genau. Okay. Tja, Tobias, der Bonus-Time, Bonus-Time. Ach, zwei kommen da drauf. Ja. Hast du schon eben geschlafen? Nö, habe ich nicht. Wir haben das letzte Mal nicht zusammen gemacht. Doch, haben wir ja. Glaub mir. Wir haben beide gemacht, weil das sonst zu kurz gewesen wäre. Das wären auch zehn Minuten. Ja, zu kurz. Das ist doch nicht kurz. Für unsere Zuschauer ist das eine angemessene Zeit, zu sagen, jawohl, jetzt kann ich noch mal aufs Klo gehen und nackuhigen die nächste Folge an. Ist doch eine super Sache. So ist es ja auch gedacht. Ja, können Sie ja auch. Pause drücken. Weißt du noch, so Herr der Ringe, Simpsons und so, wo die Teile teilweise eine dreiviertelstunde waren. Das war noch Zeit. Das war noch Zeit. Das war noch Zeit. Kommst bitte auch noch mal. Noch mal. Ja, dann muss halt das richtige Set her, ne? Ja, richtig. Aber das von Herr der Ringe haben Sie bei dir ja schon, was war das für eine Arena andersrum. Ja, jetzt bin ich auch mal fingerlich. Hä, ist das so? Ja, das musst du irgendwie so machen. Ja, okay. Ja, aber es war sehr weit. Ach Gott, den konnte ich mir jetzt nicht verknallen. Alles gut. Ach, das sieht komisch aus. Ja, so Rüssel, ne? Ja, irgendwas mit dem Elefant. So heißt es ja auch. Ups. Ups, now I did a legale. Ach, da muss das Breite nach oben. Ach, komm schon. Ach so. Ja. Jetzt macht es. Technik, die begeistert. Ja, ich war gerade nicht so. Aber das ist ja doch recht breit. Ja. Im Endeffekt muss ja auch breit sein, ne? Da würde mich mal interessieren, was das Ding im Spiel macht hinterher. Ja, ich auch. Bei Rüstbassos hast du ja auch dann noch neun Stein. Also neun, du weißt ja, diese Elemente, diese blauen, die man sammelt in der Story. Weißt du noch, diese Portalstein oder diese Großmacht, Kleinmachtstein, die an einem Portal angemacht wurde. Ja, okay. So, dann gibst du bei Rüstbassos noch einen. Neun. Und was macht der? Der macht dann, dass du Kreation heißt der, also dass du dann eben was zusammenbaust. Und es gibt noch ein, ja, so ein Barb halt. Ich mach alles kaputt gerade. Oh Gott. Nein. Ja, doch. Ich hab die Fontanen. Ähm, da unten kommen die nach. Entschuldigung, Kreation und Barb? Ja, so ein Barb, also so zwei Ritze sind da, so ne, und dir kommst dann eben, kurz eben Teile von raus. Ist cool gemacht. Da, ich hoffe, dass die jetzt richtig ist. Sieht richtig aus. Ja, ich war mit den Füßen gerade echt nicht so sicher. Ja, aber doch sieht es jetzt gut aus, ne, weil das Längliche ist vorne, quer, so wie hier auch komplett. Ja, okay. Alles gut. Komplett an. Ja, ja, muss erst mal. So, wieder dieses Brombeerfarben, ne. Eine schöne Farbe irgendwie. Ja, die kennen wir ja vom Simpsons aus. Sieht hier zwar mehr aus wie lila, aber das ist bei digitalen Medien nur so. Ja, stimmt. Wenn man es ausdruckt, ist es wahrscheinlich so. Bestimmt. Hat man ja gesagt, wenn du Farbkorrektur machst bei Fotos und so, darf man sich nie auf seine Augen verlassen. Ne, sollte man nicht. Histogramme kannst du lesen, aber das weiß man nie. Cool, das sind seine Ohren. Die Schwimmflossen. Äh, Ancient War Elephant. Das ist für mich immer noch sehr merkwürdig, das Teil. So, fertig. Was soll das sein? Hast du das in der Serie auch schon gesehen? Ne, das habe ich, ich habe ja wie gesagt nur zwei Folgen geguckt. Na klar, wenn du es von vorne siehst, sind das dann zwei oder was? Ja, richtig. Ne, weil so von der Seite kann ja nicht sein. Von der Seite kann es nicht sein, ne. So, so macht, so ist okay. Das sieht ja aus, als wären es zwei. Sind zwei, ja. Kann nach vorne und nach hinten schieben. So ist es. Sieht so ein bisschen aus wie die Dinger von Star Wars. Ja, stimmt. Sehr strange. Strange, strange, strange. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir zusätzliche fünf Minuten gewonnen. Immerhin. Genau. Damit sind wir, was Adventure Time angeht, für heute durch. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.